so leute was geht ab ich hoffe es geht euch gut ich bin am flow trail stromberg und wir fahren jetzt eine kleine abfahrt nämlich ist nach unten das jetzt gesondert vom video einfach nur so ein spaß ding die frage falls jemand mal wieder sagt hey dann einfach gar nicht geredet in dem video deswegen heute mit kleinen intro und das sind so videos die schneide ich einfach weil ich mir bock machen und kommen außerhalb der reihe außerhalb von den montags und mittwochs videos und wenn ihr selber bock drauf habt euch das gefällt schaltet ein gönnt euch die kleine abfahrt ist nichts wildes wild hawk hier aber einfach spaß haben und vielleicht motiviere ich den ein oder anderen aufs rad zu steigen und selber eine runde fahren zu gehen macht's gut bis zum nächsten mal ab geht's auf die abfahrt so 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 so